so herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von es wird dunkel ich habe natürlich nur auf eine nacht suchen wird natürlich richtig scheiße und nachts sehen wir gar nichts wissen alles on eine damennamen zum homo ist wieder on wir brauchen ein paar hanf pflanzen ist jemand gestorben so wir gehen jetzt in der steppe ok hier unten kommt man nie wieder raus also außer mit hoch bauen natürlich klar oder hoch graben aber so auf natürlichem weg auf jeden fall nicht mehr gleich mal hier rennen damit beziehungsweise ich glaube ich packe die sache mal sogar in der nächste tasche die hier so für dunkel in berlin das hier war aber kein hanf oder binsen sind wir hier beim binsen markt oder was bin in sekunden bin ich beim bin in markt brauche ich mal Binsen für irgendwas nö ist bloß schmuck ok das hätte ich direkt mal mitgenommen aber das scheint uns nichts zu bringen ist immer noch bewundtes gebiet da mit der roten blöcke so gucken ob ich hier was finde irgendwas was vielversprechend ist alter bis wohin er die welt da hinten aufbaut ist ja voll weit ach weißt du was komm was für privilegen haben wir eigentlich haben wir server alle wir haben set time genau das habe ich gesucht ganz ehrlich let's go ist es bei 55 ist die sonne ist der mut echt noch da äh ne ungültiger befehl wait what time ist um die uhrzeit anzuzeigen kann ich mit time auch die uhr setzen oh tatsächlich lol so viel besser ouch ok also ich wollte ja hier vorne hier aus wollte ja direkt gucken ob ob ich da was erkenne wir könnten mal in den dschungel gehen vielleicht wenn wir da ein paar sachen aber da hinten ist nämlich auch wieder steppe ansonsten erkenne ich hier aber erst mal gar nichts oder die rote blöcke ok 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 das heißt wir gehen tatsächlich erstmal hier landrand vorbei nach der hinten und dann Richtung dschungel da hinten hier sind ganz viele rote blumen ok aber sonst sehe ich hier auch nix was da hinten für ein riesen ding wow weiter wie groß die sonne halt ist waaaaaa epilestiv wahlmung na außer blumen ist hier gar nix gut oh verdammt die kommt ja gar nicht rüber die kommt ja nicht rüber ok warten bis der sprint aufgebaut ist und dann springen wir rüber ach haben wir doch gar nicht aufgepackt so let's go anlauf nehmen und ja perfekt schön proviant hier aufbauen hier irgendwas interessantes wieder eine schlucht an die kommen vorbei ok dann tust du wieder viel in der baum, sehr geil wo war der dschungel? wo war er da hinten gefunden? ach da wäre ich ja beinahe voll in die falsche Richtung gelaufen da platzt dir eine trommel fälle so ab durch die steppe, ach guck mal da ist ananas wow ok also hier wäre zweimal ananas da ist was hellgrünes was ist das? ist das hanf? kann das sein? wie gesagt ich weiß gar nicht, ich weiß A überhaupt nicht vorhand weg, sonst B wie es aussieht, aber es wird irgendwas grünes sein guck mal da ist auch was grünes ist es das? soja ernsthaft soja? ich meine hey haben wir noch nicht von daher nehme ich es auf jeden fall mit aber what the fuck gut ab in den dschungel können wir jetzt auch so eine sojaplantage aufmachen ey wow hallo? mitkommen bis zum singlet ähm ok we have a problem guck mal hinten rüber jaa hinten kommt man rüber ah vielleicht noch nicht was ist das? ach so kakao äh kaffee ist auch wieder soja genau äh wo komm ich hier im dümmsten rüber? kaffee ah sieht beides gefällig aus wobei das da der sprung ein bisschen weniger gefällig aussieht oieieieiei das wird halt nie im leben was ok oh gott oh gott oh gott oh gott ok stamina aufbauen lassen bisschen durchatmen ganz viel essen äh by the way kann ich doch mal hier ein bisschen so na gut das hier brauchen wir auf jeden fall eigentlich nicht kaffee haben wir ja schon kann man sich mit kaffee ah ne brauche ich hier dafür ich wollte gerade überlegen ob ich mir gerade einen kaffee machen kann aber verdammt gut dann ist jetzt die nächste frage wie kommen wir da hoch äh da sieht gut aus ja oder auch nicht aua ah ne knappt hey Äh, schade, ich dachte, wir kommen hier hoch. Hm. Äh. Boah, ey. Ah, dann kommen wir hoch. Okay, okay, okay. So, jetzt sieht es erstmal so ein bisschen danach aus. So ein bisschen kommen wir da eher hoch, als da, wo wir gerade waren. Ah, wobei, so einfach kommen wir ja auch nicht hoch. Ah, hallo, komm. Ey, hier ist viel zu steil. Ich sterbe gleich. Da musst du hier irgendwo hochkommen. Meine Fresse. Äh. Ich hab's ja alles vergessen. Mit ein bisschen Glück haben wir da hinten hoch, aber wir hätten aber auch gleich umlanglaufen können. Ah, scheiß, wie man dann. Kann sich nur um Stunden handeln. Wenn wir hier hochkommen? Nee. Aber hier kommen wir hoch. Ei, 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 ich komme kaum noch hoch. Cool, cool. Jawoll. Ei, 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 ei. Äh. Zumal, ich komme. Und da hinten ist wieder dieses andere Zeug. Das, was wir auch schon haben. So, ja, genau. Oh, guck mal. Voll süß. So. Haben wir davon noch ein paar Saplings? Hä? Guck mal, geht das Ding? Was ist denn da? Ach, wo ich das gerade in der Hand halte. Ah, wow. So. Eins hätte ich den gerade mal bekommen. Ah, ja, okay. Zumal haben wir jetzt davon immerhin schon mal zwei. Die Wahrscheinlichkeit, dass also einer verloren geht, ist also schon mal geringer. Und wir haben zwei kleine. Achso, okay. Also verschiedene Set. Okay. Gut. Und der Rest kann weg. Oder kann man was machen? Geigenkopf. What the fuck ist das denn? Oh, man kann daraus aussetzen. Fuck. Was ist das denn? Kann man daraus irgendwas machen? Man kann das Zeug essen? Ich sehe das gerade richtig. Wo ist das? Ah, das klingt interessant. Was ist das jetzt eigentlich? Achso. Da kann man Seile draus machen, glaube ich. Nee. Wie war das? Ranken. Ah, nee. Seile musste man aus den Ranken machen, ne? Wie konnte man noch... War denn das? Äh, was ist das denn? Achso. So rum. Ah, nee. Wow. Ah. Das ist aber neu, oder? Cool. Boah. Wow. 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 Okay. Ah, ist ja interessant. Gut. Ähm. Honig. Finden wir im Dschungel Honig? Das ist jetzt eine gute Frage. Na, da gucken wir auch nichts von. So. Können wir auch los. Ranken. Fahren. Genau. Das ist nicht das, was wir brauchen. from. ja. iin. Nein. Äeld. Und. Ja. beschăunigt. う. of. Ja. Ja. Und. Ja. Ja. ers. 着 귀at. Karne. Vor. Jesus. ist alles muss fahren daraus kann ich glaube nichts machen oder alles ist das gleiche kannst du alles vergessen und bienenstöcker sehe ich hier auch nirgends wo welche weil ich schätze schon dass die hier bei den normalen bäumen wachsen also mindestens da zumindest jetzt hat nur wieder die frage wie selten die sind oder ob man die überhaupt abbauen kann oder ob man nicht wieder irgendwelche bienen sammeln muss und ja wie man die sammelt keiner wahrscheinlich brauchen wir wieder so ein fangnetz oder sowas das wird noch spaßig ja darf auf jeden fall mit noch mehr vanille was bist du ach kohl wieso kein kohl sondern naja dieser kopf salat oder wie es da heißt keine ahnung das hier müssen genau die haben wir schon direkt mal schnabulieren so jetzt haben wir im tanngebiet ich glaube ich hatte hier noch irgendwas gesehen gehabt ich sehe aber gerade nicht mal was ich gesehen hatte if you know what i mean na gut dann gehen wir mal in das tanngebiet gucken was wir da so alles finden hier ist auf jeden fall massenweise für diesen komischen fahnenzeug das zeug ist da hat man immer so eine fahne deswegen mache ich das immer nicht so aber gut ja hier gibt es nur dieses fahnenzeug hier gibt es gar nichts anderes fahrzeug und pilze so weit das auge reicht also wieder schnell raus hier was schachtelhalm wo ich das kenne oh ja ich nehme aber auch ein bisschen was mit keine ahnung was es ist das ist aber auf jeden fall zweck was bei uns selber auch wächst ich will sie wieder fahren holt mal was hier nochmal Rohrkolben hm 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 oh oh guck mal hier eine neue pflanze oh oh ist das etwa Minz ne ok ich dachte das ist das andere oder woraus man auch Öl machen konnte was war denn das ah ne es war ja Hanf ja eben ja das wieder dieses Binsen ja ein paar Blackberries das ist das das ist das das ist jetzt aber auch nicht das was ich so runter ne Dünngras z z z minzblatt ok das könnte egal werden Minze hm das können wir erstmal schön direkt äh äh Bonze machen oder oder Tick-Tack wie selten ist denn Hanf bitte oder 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 das die ganze Zeit weil es so aussieht wie was anderes mal gucken hier Hanf das ist das komische Zeug und das bekommt man aus Ah Hanfblätter Hanfblatt aber wo findet man das Zeug geht es noch mehr Vanille nehme ich gerne Vanille ist genauso wie Erdbeeren eins von den Sachen wo man niemals genug haben kann das ist für sicher das ist für sicher das ist für sich das ist für sich dem der die also ist auch Vanille und nur in einem anderen Wachsstadium als das Ding hier das warst du noch mal also einfach nur Stöcker vor zum Teufel findet man nur Hanf ok der ist überall Wüste darum ist wieder der Dschungel den haben wir gerade der Volker schon schifft ich könnte mir überlegen ob wir auf die andere Insel da rauf gehen da fliegen Steine aber wie es aus hier ist natürlich bloß eine Insel da ist kein Festland hinter oh doch aber wie ist da guck mal hinten ist Schnee cool komm wir gehen da rein diesmal baue ich mir ein Brot kein bock hier so rocksack du 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 ah halt! tu doch nicht! so Wobei ich glaube, das Zeug haben wir sogar bei uns in dieser grünen Grabenkiste da, mit dem ganzen grünen Zeug. Da müsste man sowas hier, glaube ich, sogar schon haben. Weil ich das bisher mal als Unkraut abgetan habe. Was es wahrscheinlich auch ist. Okay, also das hier scheint doch eine Landzunge zu sein. Gehen wir da aber doch auf jeden Fall mal kurz rauf. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Und dann gucken wir uns das Ding mal in der nächsten Folge etwas genauer an. Und dann... Passt das schon. Wow. Hups. Oh. Hat die unendliche Sichtweite aktiviert. Wow. Ah ne, ist doch keine Landzunge. Ist doch eigenständig. Ah, super. Ah, kacke. Gut, egal. Auf jeden Fall, ähm... Ja. Bis zur nächsten Folge. Tschöng. Gut. 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 Gut.